Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, äh, Angedaddelt. Heute spielen wir Astro Tripper und dieser Tripper wurde mir geschenkt von Fizzes LP. Vielen Dank dafür, äh, hab ich mich riesig drüber gefreut. Und das Spiel ist wirklich gar nicht mal so schlecht, also mir hat's wirklich Spaß gemacht. Ich hab's nämlich schon ein paar Mal gespielt, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, das erste Level zu schaffen, irgendwie. Das ist so schwer, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Ähm, ich geh jetzt mal in den Abenteuer-Modus und Trainingsgelände, was hier schon so nach Tutorial anhört. Und dann auf normal, weil ich hart will ich erst gar nicht ausprobieren. Das, äh, naja, sagen wir mal, egal. So, und das ist ein ganz normaler, ähm, ja, sagen wir mal, das ist das Raumschiff-Shooter, wie heißen die, keine Ahnung. Äh, kennt man von, von früher. Äh, wir können uns, ähm, hin und her bewegen, ich starte einfach schon mal. Ähm, wir sind hier in dieser Arena und können uns, äh, noch oben und unten bewegen. Und mit der B-Taste können wir die Richtung ändern, in die wir schießen. So, wir sehen oben so eine kleine Minimap. Und, äh, können uns also hier oben oder in dieser kleinen Arena hin und her bewegen und müssen alle Gegner töten. Hier sehen wir einen Waffen-Power-Up. Wenn ich das mal einsammle, ähm, dann wird meine Waffe stärker. Man sieht unten so einen kleinen Ladebalken, ähm, wie voll meine Waffe praktisch schon ist. Hier haben wir einen Punkte-Bonus. Denn ab, äh, 100.000 Punkte oder so bekomme ich ein extra Leben. Die Leben sehen wir oben. Und das ist nämlich auch das Schwierige an dem Spiel. Denn wenn ich hier einmal irgendetwas berühre, was nicht so ganz toll ist, also einen Gegner oder eine Waffe von einem Gegner, dann ist Ende. Dann darf ich das komplette Level neu starten. Nicht irgendwie, dass ich weitermachen darf, aber halt nur drei Leben hab. Nein, ich muss das komplette Level einfach nochmal neu starten. Was ziemlich fies ist, aber hier gibt's so eine Art Checkpoints. Denn wenn ich jetzt hier alle Gegner weggekriegt habe, dann gehen wir in das nächste Unterlevel, in die nächste Arena praktisch. Was ich so eben geschafft habe. Ähm, was sehr gut ist. Aber auch nicht so ganz nett. Ne, gehen wir mal ins nächste Level. In der Hoffnung, dass das jetzt schneller lädt. Ich hab nämlich schon mal einmal hier eine Aufnahme gestartet, aber da hat er sich totgeladen, weil Fraps das irgendwie blockiert. Äh, ja. Ja, und das tut es jetzt gerade anscheinend auch. Du, du, du. Gut, dann starte ich jetzt einfach, äh, Fraps nochmal neu. Äh, ihr seht jetzt einmal kurz kein Bild. Und, äh, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und in der nächsten Arena. Diese hier ist jetzt auch ein bisschen 3D-iger. Ähm, man sieht hier, wir gehen so ein bisschen um die Ecke. So. Würde ich jetzt sterben, das ist immer noch das erste Level, erste Kapitel, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, würde ich jetzt hier sterben, würde ich dann praktisch hier in dieser Arena starten. Aber, äh, naja. Macht's auch nicht viel besser. So, dann haben wir nochmal ein Waffen-Power-Up. So. Ups, da kommt was. Ähm, wir haben auch eine zweite Waffe. Allerdings werde ich die irgendwie nie benutzen, weil ich die, ah, abgrundtief dämlich finde. Ich mach mir aber gerade ganz schön gut. So. Denn, die zeige ich gleich mal kurz. So. Wenn ich jetzt Y drücke, hab ich diese Waffe, aber die schießt halt irgendwie nur so, weiß ich nicht. Wer will denn damit treffen? Irgendwas. So. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Dass ich Wärter da! Dass ich da nichts, äh, Falsches treffe. So. Da ist ein Punkte-Bonus, den möchte ich gerne haben. Vielen Dank. So. Da muss ich ausweichen. Hier kommen nochmal so zwei von den Typen. Da müsste auch nochmal einer kommen. Oh, hinter mir ist auch noch was. Immer schön auf die Minimap gucken. Ganz, ganz wichtig. Uh-oh. So. Und damit sollte das jetzt ja auch erledigt sein. Ja, bis jetzt sieht's gar nicht mal so, ähm, schlecht aus, ne? Aber jetzt kommt die Härte. Jetzt kommt nämlich anscheinend das letzte Level. Bis hierhin bin ich auch immer wieder gekommen. Ähm. Et ja. So. Ach ja, jetzt lädt's. Na super. Gut. Schön, dass der hier direkt neben mir spawnt. Das ist ja ein Traum. Hier sehr 3D. Ähm. So. Ah, shit. Die sind jetzt in mir drin gespawnt. Das ist natürlich ziemlich arschig. Gut, haben wir soeben ein Leben verloren. Und dürfen dieses Level jetzt nochmal machen. So. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wo die spawnen. Oh, oh. Hier zum Beispiel so. Und dass ich da nirgendwo reinrase. Das ist Punkt. Das darf nicht berühren. So. Und hier natürlich auch das Fiese. Die Tatsache, dass das hier ein bisschen 3D ist. Das heißt. Ähm. Ah, ja. Rede, Stefan. Äh. So. Oh, fuck it. So. Und da haben wir jetzt den Boss. Den bezaubernden. Den ich bis heute nicht geschafft habe. Irgendwie. Äh. Zu töten. So. Oh, kacke. So. Ja. Gehen wir mal auf die andere Seite. Da war nämlich eh noch ein Punktebonus. So. So. Oh, oh. Boah. Das war knapp. Oh, 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 oh. Mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So. Jetzt muss ich irgendwie noch an diese Hinterteile kommen. Von ihm. Das ist das Einzige, das mich jetzt noch auffällt. Aber. Wie kommt man da dran, ne? Das ist jetzt die Frage. Ah, da ist er platt. Da ist er platt. Mann, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Gut, also müssen wir das Level nochmal machen. Letztes Leben. Tja. Und wie man gerade gesehen hat, also der Anfang ist gar nicht so, ähm, schwer. Aber, äh, danach, ne? Der dreht sich halt immer um. Und ich muss irgendwie an seine Hinterteile kommen. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dazu kommt noch, dass wir unten rechts, äh, unten links, meine ich, Entschuldigung, einen netten kleinen Timer sehen. Und das ist nämlich die Zeit, die ich noch zur Verfügung habe. Und wenn die abgelaufen ist, dann wird mir auch automatisch ein Leben abgezogen. Und somit startet das Level an der Stelle auch wieder neu. So. Ich könnte hier nochmal meine... Oh, fuck. Fuck. Shitter. Wow, das war jetzt, das war jetzt dumm. Das war jetzt richtig dumm. Ja, gut. 20, 102, 4, 204, 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 204 Drei oder, ne, vier, vier Kapitel. Also vermute ich mal, dass das schon so gewollt ist, dass das so schwer ist. Es ist ein schönes Spiel, es macht echt Spaß. Aber es würde mehr Spaß machen, wenn man auch mal weiterkommen würde. Und nicht immer so komisch sterben. Das ist ein bisschen schade. Also von mir auf jeden Fall ein, ja, eine Empfehlung für alle Leute, die auf sowas stehen und frustresistent sind. Und, ne, hier sieht man vier, vier verschiedene Kapitel gibt's. Und die sind natürlich jetzt alle gesperrt. Und es gibt noch einen Herausforderungsmodus. Den zeige ich jetzt auch einfach noch mal kurz. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da ist jetzt einfach die gleiche Arena, nur, ja, dass wir praktisch endlos mehr oder weniger spielen. Und, ähm, das ist der schwere Modus. Das heißt, gerade konnte ich an den Rand der Arena hingehen, ohne dass mir was passiert. Wenn ich jetzt zu weit, äh, an den Rand gehe, falle ich einfach runter und verliere somit auch ein Leben. So ist das. Ganz schlimm. Ich starte noch mal Fraps neu. Äh, bis gleich. So, da sind wir. Man sieht hier, jetzt ist kein grüner Schimmer mehr über den Rand der Arena. Und, ja, im Prinzip, äh, geht's jetzt so lange, bis ich sterbe. Ich hab auch nur ein Leben. So. Was, uah, was relativ schnell passieren kann. Ich hab es auch noch nicht geschafft, meine komplette Waffe abzugraden. Also, dass ich wirklich die komplette Waffe habe. Da muss man echt, ich weiß nicht, da muss man voll, äh, geskillt sein. Ich spiele es im Übrigen auch mit einem Xbox-Controller. Mit der Tastatur und Maus würde ich das tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht empfehlen. Hab ich noch nicht gespielt, aber ich glaube nicht, dass das die ganze Sache, äh, wirklich viel einfacher macht. Er, äh, äh, eher schwerer. So, sieht's, ja, was, 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 was soll ich sagen? Es sieht, äh, verwirrend aus, oder? Man muss auch teilweise, äh, uah, teilweise ist das gar nicht, uah, so einfach nachzuvollziehen, was jetzt, äh, gut und was schlecht ist. Also, im Prinzip gibt's ja fast nur Schlechtes. Aber, natürlich gibt's auch Gutes, und zwar diese Power-Ups. Und die, die muss man dann erstmal erkennen. In dem ganzen Gewirr war, da ist zum Beispiel eins. Fie, 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 fie. So. Mach mal weiter. Boah, noch läuft's, noch läuft's. Aber es kommen ja im Moment auch nur die gleichen Gegner. Ähm, immer praktisch auch, wenn man sich nur um eine Seite kümmert, dann können die Gegner von der anderen Seite, also ich, hört man diesen wunderschönen, komischen Geräusch, verwandeln. Und es gibt mehr Punkte, weil die natürlich auch schwieriger sind, diese Rotorblätter. Diese Viren. Ich finde, die sehen aus wie Viren. Wir sind nämlich hier gerade auf einem, ich weiß nicht, Schippsatz und müssen Viren bekämpfen. Klingt logisch, oder? Weiß ich nicht. So, oh, 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 oh. Okay, Punktebonus. Waffenbonus. Okay, konzentrier dich, Stefan. Konzentration, Konzentration. Alles gut, alles gut. So, ups, hab ich die Waffe gewechselt. Das wollte ich gar nicht. Ach, Kacke. So. Boah, ich weiß aber auch gar nicht, was ich hier zu erzählen soll, weil... Ich kann mich gar nicht darauf konzentrieren, irgendwas Sinnvolles zu sagen. Weil ich hier gerade die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, zu gucken, wo irgendwas spawnt. Und wo ich bin. Oh Gott, was denn jetzt passiert? So. Da verwandeln die sich natürlich jetzt alle. Das könnte jetzt ziemlich heikel werden. Oh. Okay. So. Das sieht... Ah, okay. Da sind wir weg. Da war es dann doch ein bisschen zu viel. Gut. Damit beende ich dann jetzt auch einfach mal dieses Angedaddelt vom Tripper. Oder Tripper. Ha, ha, ha. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn ihr noch Spielvorschläge habt für Spiele, die ich andaddeln soll, dann haut es in die Kommentare oder per PN. Und ansonsten freue ich mich über ein Like und über einen Kommentar von euch. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.